So, kleiner Fußweg hier jetzt bis zur dritten Station. Wir haben jetzt im Glas ein Spätburgunder Rotweinkabinett, trocken. In der Nase, ganz klassisch Spätburgunder, schöne Süßkirsch-Aromatik. Man riecht auch schon so leicht, so dieses Weiche vom Holz. Also wenn wir hier von einem Holz reden, beim Spätburgunder Kabinett bedeutet es immer 3000 Liter Holzfässer. Die bringen jetzt auch keinen wahnsinnigen Holzgeschmack in den Wein, sondern geht es wirklich nur um die Reifung vom Wein. Die Rotweine wären Maischvergore, das heißt der Wein bleibt für mindestens eine Woche in Kontakt mit Traubeschale, Kernern, alles was dazu gehört. Und nimmt sich da die ganze Farbe und das Aroma vom Spätburgunder auf. Also wir haben gerade eben die Variante vom Rosé probiert. Das heißt einfach ganz kurze Kontaktzeit, es wird minimal Farbe aus der Schale extrahiert. Beziehungsweise bei dem Kabinett hier haben wir auch noch die sogenannte Direktsaftabzug-Variante angewendet. Das heißt die Traube von dem Spätburgunder komme komplett in den Gärtank, wäre angepresst und dann befindet sich da Kerne, Schale, Saft, alles in einem Tank. Und dann tun wir direkt nach der Lese schon mal einen Teil vom Saft abziehen. Der hat dann nur diese ganz leichte Rosé-Farbe. Und das was zurückbleibt, ist einfach aufkonzentriert. Das heißt weniger Saft auf die gleiche Menge Schale. Und deswegen zieht sich da noch mehr Aroma, noch mehr Farbstoffe aus der Traubeschale dann in den Wein über. Und diese Frucht und die Gerbstoffe, die extrahiert werden, müssen einfach reifen. Und das ist durch die Holzfassreifung dann unser Ziel, damit die ein bisschen weicher, reifer, einfach trinkfähiger werden. Schmacklich schöne Gerbstoff-Aromatik. Also das was so leicht prickelt am Gaumen links und rechts, das sind die Gerbstoffe, die einfach extrahiert werden von Schale und Kerne. Und dann kommt auch so die schöne Frucht mit raus. Eben diese Süßkirsche findet sich auch im Geschmack wahnsinnig schön wieder. Wir sind jetzt hier immer noch im Vesselbacher Kirchherrenberg unterwegs. Also das heißt, hier jetzt wirklich absolute Südlage. Die Sonne scheint von morgens bis abends auf unsere Spätburgundertraube. Und das bringt einfach wahnsinnig viel Aroma, tiefe Komplexität in die Traube rein. Allgemein durch den Klimawandel, die Klimaveränderung, die stattfindet, wäre die Rotweine deutlich intensiver und kräftiger, als sie jetzt noch vor 20 Jahren waren. Das merkt man auch bei der Weißweine. Die klassische deutsche Weißweine, wie zum Beispiel der Riesling, wir machen immer noch wunderschöne Rieslinge. Die heißen dann bei uns jetzt Klingelberger, einfach aus der Tradition raus. Wir laufen nachher auch noch durch unsere Klingelberger Rebe durch, beziehungsweise machen da den letzten Wein. Aber die verliere einfach ein bisschen Säure, ein bisschen Power. Die wäre eher fruchtiger. Und dieses Fruchtige ist beim Weißwein manchmal ein bisschen umspielend. Und beim Rotwein gibt es einfach so die richtige Power, die wir eigentlich dadurch möchten. Wenn ihr jetzt dann weiterlauft auf unserem Weg, das geht jetzt direkt hier an der Kapelle rechts hoch. Die klassische Ausschilderung ist die nächste rechts. Aber ich würde euch empfehle, einfach noch eins weiter zu laufen und dann erst rechts rüber zu gehen. Und dann kommt ihr noch einen Tick höher in unserem Hausberg raus, habt eine schönere Übersicht. Und genau da werde ich euch dann auch den Abschlusswein für die kleine Videotour vorstellen. Bis dahin, viel Spaß!